Sag mal, was machst du? Ich gucke ein Musikvideo auf YouTube von so einer Gruppe, die kann ich gar nicht. Machst du mal kurz ein bisschen leiser, oder stell es mal aus, weil man versteht dich so schlecht. Ist das jetzt wegen Corona, dass du nicht mehr liest, sondern YouTube-Videos guckst? Nein, das ist wegen des neuen Buchs von Anne Freitag, das Gegenteil von Hasen. Ein super tolles Buch. Und da ist so eine Szene, dass der eine Junge, Edgar heißt der, der in diesem Buch am Anfang auch nicht so richtig gut wegkommt, der läuft sich immer Sachen von der Seele. Und der hat so eine Playlist. Und da ist das dabei. Und ich liebe solche Bücher, wenn du immer auf irgendwie andere Ideen kommst und dabei noch den Genuss eines tollen Buches hast. Gut, aber wenn du in dem Tempo läufst, dann musst du demnächst alleine laufen. Das schaffe ich nicht. Gut, aber vielleicht. Gut, aber dann beim dag. So, bis du wieder. So wie jetzt... Ausländer dich noch als wenn du in Person. justen 진행, das stad tribe.